Und heute bauen wir uns mal neue Analog-Stick in Steam Deck ein. Ja, was für Analog-Sticks wollen wir uns denn jetzt einbauen in Steam Deck? Ja, ganz einfach. Elektromagnetische Hoodie-Kit-Analog-Sticks. Wir schauen uns das Ganze an, wie das verbaut wird und am Ende gebe ich noch ein kleines Fazit ab. Nur so viel seit ich schon verraten, ich bin echt begeistert von diesen Analog-Sticks. Also, legen wir los.